Königreich gibt es einmal alle Templer die ist überall gibt also in Damaskus, Akon, Königreich und Jerusalem ja die sind überall da verteilt und es sind 60 Stück verdammt Assassinenflagge die sind alle in Masjab verteilt Hospitalita Flaggen in Akon die Templer Flaggen gibt es auch in Akon das heißt du musst wirklich überall suchen die deutschen Ordensflaggen gibt es dann auch in Akon ich glaube die sind dann alle über die verschiedenen Gebiete verteilt sage 10 Flaggen in Damaskus die 100 Königrichard Flaggen im verdammten Königreich ja deswegen ist das Tell so groß weil da 100 Flaggen versteckt sind Jerusalemkreuze in Jerusalem was hätte ich, was hätte man anders denken können ja und das sind eigentlich die extra Missionsziele die es gibt ich weiß gar nicht was es gibt wenn man die alle macht das weiß ich gerade gar nicht ich könnte mir einer mal das unter die Kommentare schreiben was man dann kriegt wenn man die extra Erinnerungen jetzt dann vollständig hat ich habe es bis jetzt nur geschafft die ganzen Aussichtspunkte zu machen naja das ist groß die habe ich noch nicht gemacht ich werde hier auch selbst wenn ich jetzt noch Flagge entgegenkomme diesen nicht einsammeln weil ich mir gar nicht die Arbeit machen muss und dann sind frei hier irgendeine Suche die ich schon eingesammelt habe so fett war das 2 von 9 Aussichtspunkten Oh Gott das sind so viele na ich würde gern den Bürger hier retten das zweite Stück Städte gab es hier ich habe mich gar nicht mehr daran erinnern und der Aufnahme war erst vor zwei Wochen die Stürmer vor dir und St in 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 ja ich unterbreche diese Bürger gerne weil sie alle nur dasselbe reden und ich dann am schnellsten wieder weg will falls sie noch eine Wache vorbeikommt und ich denke ich wäre dran schuld ich bin sowieso immer weiter ich bin sowieso immer nur dran schuld wenn die Leute sterben falls einer fragt was ich denn noch so für Ausrüstung auf mein Schreibtisch liegen hab der offizielle Roman zum Spiel um ehrlich zu sein er neben mir liegt hier gerade die es ist mit der geheime Kreuzzug den ich fast fertig hab in zwei Tagen ich hab nur noch zehn Kapitel habe ich jetzt noch ja es sind nur noch zehn Kapitel die ich zu lesen hab und ja die anderen Bücher die auch die liegen aber im Bücheregal hinter mir deswegen drehe ich mich jetzt auch nicht um falls ich hier nach unten falle durch irgendeinen blöden Zufall mal wieder so yay es speichert na schon hier ist noch einen die wir retten müssen ja es ist relativ einträglich dass sie bevor wir hier irgendwelche andere Missionen machen bürger retten ein bisschen hochklettern und Aussichtstürme finden das ganze so so hier war das in meinem Beisein zu stehlen hin fort ok wenn du meinst dann greif mal an leider ja schau mal was los geht 1 2 3 na ne na greif an 3 2 2 3 3 3 Riesenblablabla gut Aussichtspunkt die Stadt wird von eurer Tat erkannt schön zu wissen könnte ich jetzt bitte gehen danke ja ich weiß vier von zwölf ja stimmt ja es waren zwölf Bürgerdienst ja es gibt doch noch die extra Erinnerungen unter jeden der normalen gedichten Strang die Weißen sind normale Erinnerungen die wir erfüllen müssen und die blauen sind halt optional und die optionalen sind halt die verschiedenen Aussichtstürme im momentanen Bereich zu erklimmen beziehungsweise der hierher beziehungsweise die ganzen Bürger retten die wir halt zu retten haben wie gesagt es ist schon relativ gut wenn er die Bürger rettet die helfen euch wirklich gut aus danach zumindest hat es mir immer geholfen zumindest hat mir wirklich jetzt immer geholfen irgendwo den Gelehrten unterzutauchen beziehungsweise Partisanen dafür auszunutzen andere Leute aufzuhalten die meinen sie müssten wegrennen na hoch da ich muss mal noch was wechseln wenn ich nämlich Glück habe dass der Typ jetzt mit dem Rücken zu mir steht hoch ich hab Glück hat funktioniert ich glaub den Leuten wird uns aufhören wenn Schichtwechsel ist so ich liebe es immer die Wachtturm hochzuklettern das war noch mal die beste Aussicht ist meiner Meinung nach gut was haben wir noch den Aussichtspunkt der befindet sich da drüben hallo ach so da oben ich seh ihn schon hallo Wache ich will dich gar nicht erst am Rempeln ich hab böse böse Erfahrungen damit Wachen an zu Rempeln zumindest hat es jetzt mal geklappt dass die die Leitung gut geklärt hat ist weil sonst klettert da immer die Wand daneben hoch der hat diese Angewohnheit ja ja ich kümmer mich doch gleich rum mein Gott ja man hört sich diese Wachen und Bürger schon über Kilometer man muss nur 50 Meter entfernt stehen glaube ich und man hört sich schon irgendwo jetzt zur Seite nichts darunter zur Seite dort oben zur Seite und hier hoch und umgucken ab und zu Blick zum Handy jetzt mal gucken wie spät es überhaupt ist ah ok jetzt geht es noch ich hab noch bis spätestens um 4 Uhr Zeit was zu machen so dann gehen wir zuerst nachdem wir halt hier drüben retten so stehen sie auch schon du existierst anscheinend und ein Gott angehmer da hat er ein so ja 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 wie jedes Mal so dem Rembrandt nicht 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 n Lala ein paar Lala 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 bei der Sustik ist ja man kann ja bei den Leuten ja dran vorbeilaufen die müssten sich da wahrscheinlich denken ich weiß was man jetzt gerade an mir freigelaufen ist und ich bin würdest du bitte mich angreifen für die Sekunde? so, Mutter so, hm geht doch und der nächste Bürger ist ja nichts neues gerade würdest du bitte auswählen okay den nächsten auf auf zum nächsten wir sind gar nicht auffällig in dieser Stadt so und ich habe mich nicht zu euren die warum er nicht muss gerade kommen wer von euch stärker aussieht was steht ihr auf dem Weg noch mehr ja ja Gott ja ja gut dass ich gerade vorbeigekommen bin Blark so wir gehen jetzt mit ihm noch eine Minute ich schulde euch meine Freiheit ja danke dass du dich zu oh mein Gott ja das ist ja auch so schlimm könntest du jetzt bitte das Menschen sie können auf Dauer nervig sein bei einigen ist es ja auch genau hat auch den Verstand verlor ja ich weiß nicht was damit erreichen also die Klettern versuchen hier den Weg nach oben zu finden das wir damit erreichen ein das beste ist ja was mir immer passiert zuerst retticht den Bürger der guckt sich danach um nachdem er fertig geredet hat oh mein Gott was ist hier passiert schön wir haben Gedächtnis besser als Mainz okay das heißt mehr nach der Schule muss ich mir auch mal denken hattest du gerade für Unterricht so hoch hier ja okay das hat jetzt nicht geklappt mach mal so rum na hoch da geht doch muss ich noch eins hoch oder war's das nee gut so dann hier rüber und umgucken so ist 6 von 9 Aussichtspunkten nicht mehr viele und dann gucken wir uns den Aussichtspunkt den ich gerade übersehen hatte weil ich ja eigentlich schon da hinten war und hätte nicht mehr niemand ja sehr tragisch hehehe ich glaub das kauft mir keiner ab ähm wo muss ich hoch ähm 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 hier hoch so wir müssen jetzt eigentlich erst jetzt unten lieben das hab ich ganz vergessen ach so der Händlerkönig genau genau den Händlerkönig ich hab's doch letztens erst gelesen ja ich hab gestern aus dem Buch angefangen so jetzt hier hoch und dann zur Seite hoch da gut ok was haben wir jetzt noch weiter hier hinten zumindest kein weiterer na würdest du ja keine weitere Bürgerretterei noch zwei Aussichtspur ja dann überbringen die Warnung hoch nein ich will die nicht einsammeln willkommen ich habe alles was wir brauchen wenn du meinst ja das war ja das war ich stelle dir vor das einige Leute versuchte ich bin jetzt nicht ich bin ich bin du mich genau dieser Moment muss sie auch was ist hier geschehen nein 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 ich will das Teil nicht aufsammeln ich glaub dann hier hinten in der Ecke wo es um sich die Bürger muss ich den eigentlich noch die Fässer die Fässer die Fässer halt ich halt nicht fest das Schlimme ist in diesem Spiel kannst du dich noch nicht festhalten weil älter geklappt die Fähigkeit noch nicht weiter hat sich in diesem Monat Gedächtnis locken ach von zwölf die Stil immer noch vier Stück wie viele haben man schon 3 2 1 sind wahrscheinlich dahinten streiten wunderschön wenn hier oben im ersten es hat sich noch nicht zu vieler Wachen auf dem Dach was ich zu berichten habe von einem Händler Renz ohne gleicher diesen Händler Prinzen immer danach war niemand kennt und reinge besser als ich redet ich habe von einem Händler ja ja du redest sowieso aus weiter soweit ich da bei dir stehe oder auch nicht ja das steht dahinten unter dem Pavillon man das wird jetzt so das wird so eine Ewigkeit dauern bis ich irgendwann mal durch bin so er war klar dass da unten noch eins war beim Büro das ist mit einem Anwählenspiel das wäre total nett das ist meine Maus so Bürger retten da drüben ja ne das ist groß wo ich eigentlich noch nicht hin muss also rein muss also gab Tamir den Männern seine Verpflegung ja als der Kampf vorüber war hier rüber ja ich lauf lieber gerne auf den Straßen lang durch die Angewohnheit das später überall auf den Dächern Wachen positioniert wo man gar nicht mehr dran kommt da vorne steht ihr ich warte erst mal bis zu vorbeigelaufen bist's wie ist es nicht hier so viele Wachen ah wisst auch was faktisch heute nicht bis zu wechseln das ich will gerade sagen es war ein bisschen schief ich will vielleicht weißt du es nicht ich will ich will das stimmt doch mal das stimmt doch mal der hat besser was dabei das ist ja das Gehle da greife an wenn es denn sein muss ich danke ja du dankst mir ich danke dir aber nicht ich danke dir aber nicht ich werde diesen Gefallen zurückzahlen verschwören ja das ist doch wunderschön ich renne total in die falsche Richtung na da sind nur noch 3 wo bist du ich weiß dass du hier bist nirgends 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 nein nirgends hoch mein Gott ich hasse das wenn er dir auf einmal noch ne Wache steht ähm so wo steht denn dir nein hier wird ich nicht lang ach da stehen sie ja das war natürlich mal wieder so klar das funktioniert so wie ich das dachte na greif an greif an dann greif halt nicht an der Macht dann greif ich halt an wenn du mich anreißt ja gut dass sie gerade vorbeigekommen sind bin n ja ich weiß sie stehen auf einmal magische Weise da also gut wo bist du nirgends 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 da bin ich mal so frei und doch mal über die Dächer nirgends der Fokus aus Wurzeln und hat mit euch hat er überhaupt der doch oben egal so Buchdorf er ja verflucht ihn und so wir lassen den einfach mal drüben weiterreden, während wir uns hier ein bisschen rumklettern, dass es jemanden spürt, vor allen Dingen so, von was wir alle Aussichtspunkte im Armviertel gesehen, das gehen wir als mit den Bürger dahinten retten und dann den da vorne retten und dann nehmen wir die hier Missionen lieber da haben ja, das ist doch wunderschön, was du da sagst das interessiert mich auch total fürs Erste ja, schön, dass ich da gewesen war sein tun können ach, Maus, mein Gott ich wurde gern zum Bürger retten danke noch eine Minute und es wird mich umführen ich schulde euch meine Freiheit, Freunde wenn du meine Schuld nicht zu tun dürfte ich jetzt bitte sehen, wo ich langlaufe danke sehr das war so klar, dass da einer steht geh weg ich mag dich nicht geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg ich mag dich nicht ich hatte doch da oben, weil der ja klettert verdammt ja, interessiert mich, wie das da unten steht weil einfach gerade schon mal den Blick du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, okay nein, nicht die Flagge ah, ahm, ahm, hier lang hier lang, hier lang hin dann, 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 dann hierüber 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 sie wurden wo immer der Typ gerade stetig wieder sicher diese Leute nerven